Mal ein Schleimmonster. Und Schleimmonster essen Kinder. Ich kann mich ändern. So. Das ziehst du niemals durch. Wie damals die Sache mit deinem Fernstudium. Wir werden's ja sehen. Na dann, guten Appetit. Ich für meinen Teil hau mir jetzt ein paar Kinderärmchen auf den Grill. Mach das. Ich penne erstmal eine Runde. Versuch den Mund diesmal nicht so weit offen zu lassen. Am Ende schwimmen dir noch ein paar Kinder rein. Du mich auch. Puh. Der Strom ist alle. Hey, hey. Und ohne sie abzubrechen. Das dürfte eine Premiere sein. Na, was sagt denn das nicht? Sind Sie sicher? Na klar. Es ist windgeschützt. Überdacht. Es bietet Sitzgelegenheiten. Was will man mehr? Nun ja. Es wirkt irgendwie bedrohlich. Gittchen, Angst. Du sagst es, Grittchen. Wer garantiert uns, dass da keine gefährlichen Monster im Dunkeln lauern? Monster? Na, ihr seid ja vielleicht Idioten. So was wie Monster gibt es doch gar nicht. Außer natürlich diesen Rieseninsekt, das mich vorhin fast umgebracht hätte. Oh. Ihr hättet mal seine Zähne sehen sollen. Und die Greifwerkzeuge. Und die langen Beine. Oh. Oh Gott. Ich könnte mir jetzt noch in die Hose scheißen, wenn ich nur dran denke. Aber das war ja dort drüben. Irgendwo auf der anderen Seite dieser dunklen, weit auseinanderstehenden Rohre da. Ähm. Was wollte ich doch gleich? Sie wollten uns erklären, warum das hier ein geeignetes Nachtlager ist. Ah, ja, ja, ja. Das Nachtlager. Ja, also das ist doch super, oder? Aber es ist dunkel und kalt. Oh, ey. Meckerkatze24.de Oh, ey. Meckerkatze24.de Oh, ey. Meckerkatze24.de So, Rutsi. Aber es ist dunkel und kalt. Äbchen. Oh, ey. Meckerkatze24.de So, Rutsi. Aber es ist dunkel und kalt. Äbchen. Boah, ey. Meckerkatze24.de Schade, dass Strom nicht in lustigen Farben geliefert wird. Dann würde man immer gleich sehen, wenn welcher fließt. Und man müsste sich das nicht erst mühsam ertasten. Nur bei der oberen Steckdose steckt eine Sicherung. Ist ja auch mehr als genug. Tja. Ne. Ne. Die steckt zu fest. Kein Wunder. Die Dinger sind so gebaut, dass sie nur bei Stromspitzen aus der Fassung fliegen. Und was? Tja. Gibt es leckeres als ein Fleisch im Teigmantel. Wie das duftet. Eine Kochshow. Genau das Richtige zum Einschlafen. Wo sollen wir hier denn schlafen, Herr Rufus? Es ist viel zu kalt und dunkel. Hmph! Wir haben noch einen Rebellen aufgegriffen. Noch einen? Aber das ist ja wieder derselbe. Er muss irgendwie entkommen sein. Hä? Ich bin doch zum ersten Mal hier. Sehr lustig. Los, sperrt ihn zurück in seine Zelle. Da versteckt sich doch irgendjemand. Pletus? Ach nee, du bist einer meiner Klone, ne? Als Pletus verkleidet. Oh bitte, sag nicht, dass es dich jetzt mehrfach gibt. Sehr gut, da beherrscht einer seiner Rolle als schmieriger Popanz. Ja, nicht wahr, genau. Aber wenn du ich bist, wie haben sie dich dann schnappen können? Wahrscheinlich so wie dich. Ich wurde viel lässiger geschnappt. Außerdem habe ich schon einen Plan, wie wir hier rauskommen. Gib dir keine Mühe, ich habe schon alles versucht. Tja, aber ich habe noch ein paar neue Tricks auf Lager, die du noch gar nicht kennst. Obwohl wir dieselbe Person sind? Genau. Beobachte mich und lerne. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. 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 Hmm... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020